Ich bin mehr mit Basteln beschäftigt. Warte mal, haben die jetzt neue Schiffe? Raptor mittlerer Klasse. Boah, 99.000, lege ich mich am Arsch. Aber Schild habt ihr viel weniger. Das heisst, die wechseln ja jetzt immer die Angebote. Das heisst, wenn ich den gleichen Typ Schiff will, müsste ich... Ich habe gemeint, wenn ich jetzt abdocke... Von den Mainframe Komponenten habe ich jetzt auch nie mehr welche erhalten oder irgendwo gefunden. Also hier kann ich nichts verbessern. Ich düse jetzt mal los. Ich gehe jetzt mal... Basis zerstören, Angriff abwehren. Aha, warte mal. Ich docke jetzt mal ab. Ich habe tierische Freude, habe ich ein neues Schiff. Jetzt muss ich aber schauen, wo ist denn die jetzt? Was ist denn das für ein Symbol? Oh, halt von mir. Sprung nötig. Das ist... Ich muss auch in den Wohnenhandel einsteigen. Ich habe gehört, dass letzter Zeit ein Vermögen auf dem Markt verdient. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Also... Das ist die Hauptmission wahrscheinlich, hm? Okay, ich setze mal hier die Markierung. Hä? Nein, nicht so viele. Wie mache ich die wieder weg? Löschen. Okay, ich glaube die Markierung brauche ich nicht. Ein bisschen viele. Was für eine Volt hat endlich die automatische Kameraführung deaktiviert. Wunderschön. Ich richte mich mal aus. Ich habe ein neues Schiff, ich habe ein neues Schiff. Ich habe keine Ahnung wie viele Schiffe das es da total gibt. Warte mal. Hier ist ein unentdeckter Ort. Dort ein unbekanntes Signal. Ich glaube, ich hoffe ich kann beide erforschen. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich jetzt erwartet. Äh... Ich gehe direkt dort drüber. Stopp, 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 stopp. Sie haben mich gesehen. Okay, der ist bösartig, was auch immer das für ein Strahl ist. Ich bin auf jeden Fall. Äh... Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Einen Railgun habe ich noch bekommen. Dann... ...Raketen. Dort hinten sind noch irgendwelche... ...Gegner. Ich hole die mir nachher gerade. Dann dort ist noch ein Container. Dann... ...einen... ...Wrack und ein Container. ...Kann ich durchsuche das mal schnell? Mal schauen, ob da irgendwas Brauchbares drin ist. Ich rede jetzt nachdem ich jetzt mich pleite gekauft habe. Nicht schlecht. Hier ist was? Ein Sprengsatz, oder was? Kann ich den aktivieren? Kann ich den aktivieren? Oder irgendwie so? Also... Also der Sprengsatz ist jetzt frei. Da hinten hat es irgendeine Tür. Ich nehme den mal mit und haue den da gegen die Tür. Ich weiss nicht, für was die Sprengsätze hier sind. Ich kann die... ...keine Ahnung. Ich kann natürlich probieren, ob ich so einen greifen kann. Und dann am Gegner... Warte mal, ich probiere es mal. Ich schnall mal so einem das hin. Geh, passiert ist noch nichts. Anserungsdrohne. Anserungsdrohne. Ah hier, warte mal. Da steht lokale Herausforderung. Sprengen den Asteroiden. Wo habe ich denn den Sprengsatz jetzt? Nein, loslassen. Ah, jetzt hat sie ihn durch die Wand mitgenommen. Welchen meinen die denn? Den dort? Oder was? Sprengsatz. Energiekern. Ah, hier. Sprengsatz. Sockel. RB. Loslassen. Okay. Hier habe ich noch einen gesehen. Wie komme ich denn dort hinein? Energiekernhalterung. Also ein Energiekern habe ich hier gesehen. Dann setze ich den mal da ein. Jetzt müsste es noch irgendwo einen haben. Aber wo? Ups, Entschuldigung. Also hier hat es jetzt auch noch einen Sprengsatz. 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 Sockel. Jetzt bräuchte ich noch einen Energiekern. Halterung. Energiekern ist dort. Ah, der ist ja ganz in der Nähe. Ich greife den mal. Verhärtetes Erzvorkommen. Okay. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Jetzt wird es auf jeden Fall da Zeug freigegeben. Wertvolles. Oho. Ich rüste dich direkt aus. Ein Booster. Den nehme ich auch mit. Jetzt hat es hier nochmal einen Sprengsatz. Den habe ich auf der anderen Seite gesehen. Ah, das ist so viel besser, seitdem ich die automatische Ausrichtung ausgeschaltet habe. So, jetzt hat es hier noch einen Sprengsatz. Jetzt muss ich da hinten noch schauen gehen. Da hat es irgendwo noch einen. Die Frage ist jetzt nur wo. Vielleicht hätte ich den nicht abfeuern sollen auf den Gegnern. Ich habe aber keine Ahnung, ob es die automatisch sprengt oder ob ich die irgendwo zünden muss. Keine Ahnung. Also hier ist der letzte Sockel auf jeden Fall. Die sind jetzt alle aktiv. Nein, nein. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Jetzt noch einen. Wo ist der nächste? Komm, wo ist der nächste? Ja, warte mal. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden. Wie kann ich das machen? Ist der andere unten oder wo war denn der? Fängefest. Nein, was drücke ich denn? Das geht schon mal in die Hose. Das geht schon mal in die Hose. Da ist der dritte. Und der vierte. Wo ist der vierte? Ich bin der vierte. Ich bin der vierte nicht. Hm. Hmm. Was ist Dunderfield? Der vierte, leg mich am Arsch. Jedes Mal, das gibt es doch nicht. Also zwei sind hier oben rum. Drei. Und der vierte ist da unten oder wo ist denn der? Okay. Probiere ich nochmal. Jetzt gehe ich hier hinauf. Dann eigentlich nur im Kreis, oder? Boah. Ich bin zu blöd für... So sieht es relativ einfach aus, aber... Was ist noch hier unten, oder? Was ist noch da? Ich schätze noch da. Das Ende... Entweder ist der... Das wird bestimmt auf der anderen Seite wieder. Verdammt. Da ist it... Hier ist etwas schwierig. Ich bin... Da ist es richtig, was ich weiße... Nein! Okay, jetzt habe ich es geschafft. Mann, 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 das war jetzt eine Geburt. Das kann es aber jetzt nicht bringen. Ich habe gerade gemeint, das Spiel stürzt. Das wäre jetzt richtig gemein gewesen. Ich weiss nicht warum, aber irgendwie, ob ich es nicht fertig gebracht habe. Optisch sieht das schon mega cool aus. Ich glaube, das hier ist die Nebenmission. Ich springe mal dorthin, mal schauen. Kalt-Sonnen-Orbit. Unbekanntes Signal. Ja, da fliege ich natürlich wieder hin. Reagiere erfolgreich auf drei Notsignale. Ich muss mal schauen, ob mir das auch irgendetwas bringt oder so. Sieh mal einer an, eine feindliche Basis. Okay. Was ist das? Plotstar-Raketen-Drohne. Du bist der Not von spier. Of. Du bist der Not von spier. D분 mal dringend. Du bist, der Not von spier. Okay, und noch ein Moment. Warte mal, ich mache einen Schadensbegrenzer, Schadensbooster, genau. Okay, der will es wissen da. Ich brauche die Panzerung zurück. Irgendwas ist da. Wo kommen die nur alle her? Kauen wir mal einen Nanoboot rein. Okay, ich muss, glaube ich, kurz mal eine Fliege machen. Dann haue ich mir noch einen Nanoboot rein. Okay. 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 Ihr werdet alle bedient, aber einer nach dem anderen bitte. Kommt nochmal einer. Hau dir mal den Schild runter. Okay. Okay. Dann gibt es nicht mehr. Verkabelungssatz. Schiffsfarbe. Schiffsfarbe. Jetzt muss ich gerade schauen, wegen der Reichweite 1.5. Schiffsfarbe. Und weg waren sie. Okay. Was haben wir da Schönes? Was haben wir da Schönes? . Hier. Wo kommt ihr da Web signature? ABAN TROOF dialtet. ashamed Account. Ich werde da wirkliche. Hier. Einigen. Ge 궁금es zum Beispiel. E Mai. Schmmen. Verwenden. Zerstöre Treibstofftanks, zerstöre Energiespulen. Ich habe noch nicht alle erwischt. Okay, da kommt irgendwas auf mich zu. Ich probiere das noch zu eng zu sammeln. Okay, jetzt aktiviere ich das da mal. Also mittlerweile habe ich schon ein bisschen Feuerkraft drauf. Energie muss ich aber ein bisschen aushalten, habe ich nicht zum Umfallen viel. Dann gehe ich jetzt mal noch den Container da blendern. Schifffarbe habe ich dort gefunden. Ultraviolett, okay. Ich glaube hier habe ich jetzt gerade zwei Farben erhalten. Aha, das ist die Fensterfarbe war das. Einmal die Schiffsfarbe Violett und dann einmal die Fensterfarbe Violett, okay. So, jetzt bin ich da am Zielort angekommen. Okay, das ist die Basis die ich zerstören soll. Untertitelung des ZDF, 2020